Steffen, Andreas, die Werben und Verkaufen hat mir aufgetragen, dass es hier in Cannes auch so ein bisschen um Fußball gehen soll. Deshalb halt mal ganz kurz. Steffen, im Wettbewerb der Nationen in Sachen Kreativität, wie ticken da die verschiedenen Staaten und Nationen? Was ist dir aufgefallen? Ja, also auffällig ist erstmal, dass wir eine schöne Diversität haben in der Jury insgesamt. Also das heißt, wir haben wirklich Leute aus allen Nationen über alle Kontinente verteilt, auch ganz fair durchgemischt, Frauen und Männer. Und eben Player aus allen Bereichen sind mit dabei. Andreas, wie ist das in der Media-Jury? Hast du da das Gefühl, dass die verschiedenen Nationen auch ihre Cases so anders aufbereiten, anders darstellen? Ja, es ist schon ein Unterschied, je nachdem aus welchem Land oder auch von welchem Kontinent der Welt die Arbeiten kommen. Teilweise sehr Entertainment, teilweise aber auch sehr sachlich. Das ist eine sehr breite Bandbreite. Was man dabei auch erkennen kann, wie unterschiedlich entwickelt die Märkte sind. Teilweise weiterentwickelt, teilweise noch ein bisschen zurück gegenüber Europa. Aber es ist genau das, was der Kollege gerade sagte. Es ist echt spannend, weil es sind von allen Kontinenten der Welt, es sind Männer-Frauen gemischt, nette Leute. Es ist wirklich spannend und macht Spaß. Wer hat es denn richtig raus? Wer hat es richtig raus, seine Case-Filme gut aufzubereiten? Gerade im Bereich Media, nimmst du mir nicht krumm, aber es ist ja ein langweiliges Geschäft. Das sagt der Mann, der so ein Trikot anhat. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen geändert. Ich kann das, glaube ich, nicht für alle sagen, weil ich bin ja der Einzige aus einer Independent Agency in diesem Raum da drüben. Lauter Network-Chefs um mich rum. Aber ich glaube, die Qualität insgesamt ist da schon besser geworden, weil auch die Media-Agenturen wissen, wie solche Awards inzwischen funktionieren. Und die Cases sind extrem hochwertig aufbereitet. Da ist oftmals überhaupt kein Unterschied mehr zu Kreativ-Agenturen. Also von daher würde ich das nicht so ganz unterschreiben, wie du es gerade formuliert hast. Ist dir was aufgefallen im Bereich Film, dass da irgendwie zum Beispiel die Amerikaner gerne noch einen drauflegen und ein bisschen stolzer, cooler daherkommen oder eine andere Nation sich hervortut? Ja, also positiv ist auf jeden Fall, dass schon mal der Vignettenfilm ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, was ganz angenehm ist. Ansonsten, man sieht schon sehr stark, dass in den asiatischen Ländern ist viel mehr emotionaler Film gefragt. Die Briten trumpfen halt mit krassestem Humor auf und sind auch gerne ein bisschen eckiger und kantiger. Aber insgesamt kann man die Klassiker halt bemerken. Zum Beispiel, dass die Südamerikaner sehr, sehr visuell getrieben sind. Und das bleibt auch weiterhin stark. Aber die Mischung macht dann das auch ganz interessant, wie das eben läuft. Oh, es ist so bolle heiß hier drin. Kannst du mir den Reißverschluss da hinten mal aufmachen? Das habe ich jetzt nie.